Mir reicht's. Also, den Spruch habe ich jetzt schon häufiger gehört über 2020. Dennoch möchte ich ein positives Resümee ziehen und mein Learning aus 2020 ist, Glück ist, wenn gut vorbereitet sein auf die richtige Gelegenheit trifft. Ich finde, wir als Europäes waren gut vorbereitet und haben das Beste daraus gemacht. Und die Highlights für mich waren Dankbarkeit und Solidarität. Also, dass wir füreinander uns eingesetzt haben und eingestanden sind, für uns und für die Menschen in unserer Gesellschaft. Ich bin Tobias, Tech Lead für den Ratenkredit bei Europace. Ich finde dieses Jahr beeindruckend, wie schnell die komplette Firma sich auf Remote First umgestellt hat. Trotz der schwierigen Bedingungen wünsche ich dir ein gutes neues Jahr. Ich bin Detlef aus dem Team Beratung von Europace. Und das Team Beratung sagt, unser Highlight eindeutig dieses Jahr der Team Spirit. Wir schaffen das und wir machen das. Und aus diesem Grund gab es von uns unter anderem die neue Marktwertindikationen und die Kundenangaben AP dieses Jahr. Ich bin Paul von Europace, Product Owner in der Baufinanzierung. Und heute möchte ich mit euch teilen, ich freue mich riesig über mein Bausgefühl bei der Feature-Entwicklung. Aber noch viel wichtiger ist die richtige Datengrundlage, anschließende Hypothesenauswahl und Nutzerinterviews. Hallo zusammen, mein Name ist Jörg Geschondig, ich bin Teil des Teams API Smart, innerhalb der Privatkredit-Unit von Europace. Und unsere zwei Themenhighlights in diesem Jahr waren einerseits die Bereitstellung smarter APIs für das online-basierte Ratenkreditgeschäft. Sprich Ratenkreditabschluss über Schnittstellen ohne das Credit Smart Frontend nutzen zu müssen. Und hier freuen wir uns sehr darauf, im Januar unser erstes Kundenprojekt gemeinsam mit der Postbank und weiteren Stakeholdern starten zu können. Unser zweites Themenhighlight dieses Jahr war das Redesign der Ratenkredit-Wi-Tools, sprich neues Look & Feel, mehr Content, verbesserte User Experience. Und hier freuen wir uns sehr darauf, ab Januar kommenden Jahres unseren Vertriebspartnern die neuen Tools zur Verfügung stellen zu können. Guten Rutsch und bleib gesund! Hallo vom Sofortzusage-Team. Für uns war 2020 etwas Besonderes. Wir durften mit großartigen Partnern die automatisierte Kreditentscheidung entwickeln. Das Top-Thema Corona hat uns als Digitalisierungskatalysator dabei Rückenwind beschert. Über ein zentrales Learning höre niemals auf, warum zu fragen. Auf ein großartiges 2021! Sehr gefreut habe ich mich in 2020 über die Entwicklung unserer Produktentbietercalls. Ursprünglich zwischen uns und den Ratenkreditbanken etabliert, um allen etwas mehr Orientierung zu geben, ist daraus ganz viel Freude entstanden und Offenheit. Und die setzt sich mittlerweile auch zwischen den Banken bilateral fort. Insofern lasst uns an diesen Verbindungen arbeiten. Nach einem neuen Jahr bleibt alle gesund und kommt gut ran. Bis bald! Highlights 2020. Ganz einfach. Europace ist die gesetzte Technologie für Baufinanzierung und Ratenkredit in Deutschland. Da bin ich total stolz drauf. Macht mich super glücklich. Und wir sind größer geworden. Nicht nur in Umsatz und Ertrag, sondern auch in Menschen, die hier zusammenarbeiten, um Europace so erfolgreich zu machen. Und es freut mich, dass das so weitergeht. Und wir haben Menschlichkeit und Höchstleistung verbunden. Ziemlich erfolgreich. Und sind mit der hohen Komplexität, die uns in unseren Märkten und unserer täglichen Arbeit umgibt, ganz gut fertig geworden. Ich freue mich 2021, dass das weiter so geht. Und wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.